Es sind noch knapp 15 Monate bis zur Öffnung DEA 2020. Die fünfte Wiederauflage des doch ortsbildprägenden Ereignisses in Neudorf steht unmittelbar bevor. Natürlich müssen die Vorarbeiten getätigt werden und das machen wir in dieser Runde hier. Wer das ist, wird vielleicht der eigentliche Vorsitzende, Herr Böckmann, vorstellen und wir freuen uns heute schon auf eine fünfte IGEA, die nahtlos an die großartigen Erfolge ihrer Vorgängerveranstaltungen anknüpfen wird. Herr Böckmann. Ja, wie Herr Dr. Wolfgang Kuh schon sagte, die Planung für die IGEA 2020 laufen auf Hochtouren. Wir sind jetzt schon bei mittlerweile dem vierten Termin. Ja, wie gesagt, Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Ich freue mich da schon richtig drauf, dass wir auch ein paar Highlights hier auf der IGEA kriegen. Wie gesagt, das Planungskomitee, das ist hervorragend vorbereitet und ich wünsche uns allen eine schöne IGEA 2020.